Was würde eigentlich passieren, wenn man sich in Minecraft als ein Schwein ausgibt und eine Runde Quick Survival Games joined? Hi mein Freund, was geht bei dir? Na? Alles fit? Im Schritt bei dir? Yo Leute! Willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal und heute spielen wir nämlich Minecraft als Schwein Da Nein, ich kann nicht mal die Kiste hier öffnen Vielen Dank auch dafür Ich geh jetzt mal hier auf den Typ Nein Oh shit Leute, als Schwein Wir kämpfen als Schwein, Digga Oh mein goodness Haha Okay, jetzt los geht's hier Direkt auf den nächsten Nein, mein Freund, lass dich schön Bleiben Es ist so nice als Schwein hier Also als Schwein wrecken wir auf jeden Fall alle Muss ich ganz ehrlich sagen Und Falls ihr irgendeine Idee habt, als was ich Als Nächste spielen soll Schreibt's einfach in die Kommentare Also es muss irgendeine Minecraft halt Entity sein Also das ist ganz in Ordnung Oh mein Freund Dann rennen wir mal zu dir Hi, 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 hi Wie geht's dir so? Geht's Ihnen ganz gut? Oder sollen wir Ihnen irgendwie weiterhelfen? Äh, bitte Können Sie mich Aber jetzt nicht gleich braten, oder? Sie sind ja Sie sind Vegetarier, hoffe ich mal Weil sonst habe ich ein Problem Und Oh, jetzt keine Kiste mehr Nee, ist sehr interessant Sehr stark auf jeden Fall Die Kisten zu öffnen hat man noch ein bisschen Probleme Ja gut, habe ich gesagt, dass der mich jetzt wreckt Ähm, Mann, ey Leute, ganz ehrlich als Schwein ist das Ganze hier nicht so einfach, muss ich jetzt ganz ehrlich mal kurz sagen Denn Man ist halt so klein Das ist halt das Problem Ihr seht hier Ich bin viel kleiner als diese ganzen Leute Und das ist einfach ein ziemliches Problem, finde ich Aber guck mal hier Im Vergleich zu dem hier Bin ich halt Oh Mann Haha Jaha Es ist halt einfach so richtig geil eigentlich Und Ja Das ist so nice Oh, jetzt habe ich endlich mal eine Kiste neben mir Nur die Kiste zu öffnen, da hat es noch ein bisschen zu Probleme Plüppl, zu Probleme Sehr gut Weil ich so klein bin Oh, nein, jetzt endlich mal ein Schwert So Rüstung anziehen Wie sieht's in Rüstung aus Die sieht man gar nicht Sehr gut Okay Nein, mein Freund Oh Oh, oh, oh Ja Jawohl Scheiße Oh Mann, Alter Shit Kacke Alter, so nice Oh Mann, es ist zu hoch Ich komme nicht rüber Hallo Ich muss irgendwie reinkommen Oder funktioniert es gerade wieder nicht Hat Gome wieder seine Tage? Ja, meine Freunde Gome hat wieder seine Tage natürlich Gome ist am reißen Ja, Leute, wenn Ich kann gerade nicht drauf schauen Deswegen würde ich sagen Wenn ich hier diese erste Folge meines neuen Formates Ich weiß nicht, wie das heißt Ich werde einfach Wenn wir so Minecraft als Jetzt mein Heißt das Format Minecraft als Punkt, Punkt, Punkt Wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt Was ich als nächstes geben soll Dann lasst euch auf jeden Fall Einen Kommentar da Und dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Piki sagt Tschüss zu euch Und ja Ich hoffe, euch hat es gefallen Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Oh Adios, meine Freunde Und Bye, bye